hey hohe freunde und willkommen zu einer neuen folge mit mir den Tyler Keks und heute ist der Keks HD dabei und der Keks HD ist heute mal der Karam Kameramann nicht Kameramann er hat immer Kameramann weißt du ja wir haben hier schon Stöcke gesammelt haben die Stöcke jetzt hierhin gemacht wollen wir uns jetzt so eine Brücke bauen also nein erst eine Mauer dass wir nicht da in diesem Teichdach fallen also in den Bach und dass wir da nicht voller Matsche sind weil das wollen wir nicht wir wollen uns hier sowieso so eine kleine Base bauen dafür müssten wir auch erst mal diesen Baum hier fällen ja dann schon jetzt warte ich tu das mit dem Hammer fassen sie mal auf das geht noch nicht mal das ist kacke da und weißt du was mich jetzt immer noch inspiriert dass wir diesen Hammer gefunden haben also ich gehe jetzt mal nach da hinten und und falls ich vergesse zu sagen auf beiden Kanälen nicht vergessen Abo dazulassen ja ich gehe jetzt mal in der wir gehen jetzt hier rüber gucken mal was es hier so interessantes gibt weil es hat mich wirklich inspiriert dass es diesen dass wir einfach diesen Hammer hier gefunden haben sie möchte ich mal gucken da rechts dass ich hier irgendwas mal hier gucken ob wir hier irgendwas noch finden deswegen also hier ist irgendeine Tüte von Müll guck mal guck mal das ist nicht so gesund für die umwelt ja mach wir werden jetzt hier runter da ähm ähm äh was ist das ich habe einen Artefakt gefunden irgendwas mit dem T-Rex oder sowas oder in Dominos einzig warte ich lese das gleich bei dir da seht ihr dieses komische Bild aber ich muss jetzt versuchen hier mal diesen Damm mit diesem Bild hier so also wir lesen das jetzt hier zusammen einzigartig in deutschland zum ersten mal in ihrer stadt auch so dass nur diesen Saurier das ist sogar ein diesle diesen lebänken ach so das war schon das war schon das war schon ich weiß aber lass das hier behalten das verheißen wir ja das legen wir uns hier hin so ein einseiten Artefakt haben wir in dieser Folge gefunden so jetzt will ich was noch was hier finden muss ich schon wieder ich glaube die Leute verstehen dich nicht mehr Tyler ähm wir sind jetzt hier unter dieser Brücke super super hier sind sehr viele Netze hier sind sehr viele Netze hier ist eine ey ich habe eine Dose gefunden als seltener Artefakt ich habe eine Cola Dose gefunden das ist nicht dein Ernst dass du die aufgehoben hast nein habe ich nicht ja wenn du die aufgehoben hättest du hättest mich nie im Leben mehr anpassen brauchen äh da ist eine Hummel also da hinten waren wir und da haben wir den Hammer irgendwo gefunden also ich komme jetzt mal wieder zurück ne ja schön wär weil ich finde hier nichts mehr unter dieser Brücke aber ich könnte gut so ein ja dieses Flyer da habe ich doch gefunden ich hatte gerade einen Dorn in der Hand ich hatte gerade einen Dorn in der also nicht in der Hand sondern in der Hand drin stecken er baut hier und hast du den noch schön gefilmt den Dorn? nö dann habe ich die Kamera in meinen Pullover gehalten dann war es blau also hier ist das Wasser ich gehe mal hier entlang ich habe jetzt hier gemacht dass wir auch ein paar Blumen haben ne ah Blumen Blätter das sind Blätter man ja aua ich guck mal wo wir hier sind mit der Kamera nein ja dann halt ohne die Kamera ja dann halt ohne die Kamera so also wir sind fast hier hinter wir sind äh hinter dem großen Wiesestadion oder nicht hinter sondern so neben ja ich laufe hier doch schon rum dieser Fluss geht hier 10 Meilen nach weiß ich nicht hm 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 wusstest du dass der Fluss vielleicht in die Uhr führen kann oder in die Uhr führt ja stimmt aber dieser Damm blockiert ja die das Wasser ja erst dachten wir dieser Fluss wäre ausgetrocknet ist er aber gar nicht er 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 endet einfach hier und dann bauen wir hier einfach mal eine Basis und da ist irgendein Kopier was man nicht alles hier in diesem Fluss findet gucken sie mal ich habe einen Hammerhalter gebaut einen Hammerhalter ein Hammerhalter ein Hammerhalter geil ne ähm ja aber wie soll das jetzt als Wand helfen weiß ich nicht hier unten muss ich ich muss noch mehr Stücke finden dass ich die so hochkant machen warte vielleicht ist auf diesem Flyer noch ne oder nimmt man das hochkant ich kenn mich nicht in der Geometrie auch ah aber das beste ist Freunde dass da oben irgendwie so ein Dorn drauf das ist ja auch scheißegal äh wir haben eine Uhr das beste ist guck mal wir haben eine Uhr 16.36 wir haben eine Bierflasche Bier 5.000 Schritte gelaufen unglaublich was mhm 5 Kilometer also ich weiß nicht was ich jetzt hier noch finden soll ey da hinten ist Müll 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 wir brauchen den Müll komm gehen sie Müll ja vielleicht können wir den Müll ja gebrauchen und also so ich bin so ein Obdachloser ja jetzt hol einfach Stöcke man und dann such dir Stöcke Hilfe da ist einer der der ja wo den du gerade drauf stehst ja den brauche ich wie soll ich den denn da einfach rausziehen schaffst du ne danke so ich werfe ihn aber bitte nicht auf mich ne so ich hole das im Müll hey 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 hier ist irgendwas komisches ich hab schon wieder irgendein shit man hier ist ein Fahrradschloss was finden sie hier what the fuck zeig mal ich werfe dir rüber Fahrradschloss rüber werfen nein nicht mit dem Fahrradschloss also wir haben schon wieder einen seltenen Artefakt ich versuch jetzt mit den Hommers das irgendwie abzumachen das wird nicht klappen ja ich sieht man wieder nicht ok wieder also ähm wir wissen sie wir machen jetzt die Folgebeendung ja tschüss